Spako, sind wir im Team? Nein. Spako? Spako? Eisenkalt, was? Ja. 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 Ich bin geflasht. Ich weiß nicht, ob ich gerade das glaube. Nein. Fuck, Spako. Oh, Alter. Fick dich, Spako. Fick dich. Das ist immer mein Leichensteller. Ich musste gerade von Pannen und Granaten ausrechnen. Ja, das waren auch meine Granaten. Du bist immer noch umgegangen. Ah, Level ab. Yeah. Wer ist denn, du bist du? Ah, hier, guck doch, das mit dem Pfeil. Für das Level habe ich bei meinem ersten Account voll lange gebraucht. Und der Level ist das ungefähr? Ja. Der Level ist das ungefähr. Wah, äh, ich glaube, das ist Level 25 oder... Nein, Level 21 ist das. Oh, ich bin jetzt gerade 15. Ha. Nope. Und wir haben gleichzeitig... Äh, du hast sogar etwas eher angefangen. Das ist ungefähr zwei Minuten eher angefangen als ich, also... Peinlich, ne? Oh, guck mal. LOL. Ich hab den nicht treffen. Oh, der hatte nur noch 19 Leben. Hm. Wie traurig. Hat jemand seinen Hut verloren? Granate, Entdeckung! Der Spacko, willst du mal sterben? Blöd. Alter, wie du nur Headshots gibst mit der Waffe. Läuft. Holy Shit. Ich hab nur 8,5? Oh. Da kam mir irgendwie schon mehr vor. Ongeber. Nein, es kam mir wirklich mehr vor. Da standen nämlich gerade drei in einer Reihe, die ich geholt habe. Lass mich durch, Junge. Spacko, bist du da rum? Nein. Doch. Wann? Ja, Mann. Mach doch auf. Thank you. Autsch. Ich hab die MP7 so vermisst, Junge. Die ganze Zeit mit der M4A1 zu spielen ist scheiße. Ich hab da grüßen. Das finde ich nicht. Hast du die M4A1? Das ist richtig kacke. Garnate, Entdeckung! Garnate, Entdeckung! Garnate, Entdeckung! Ich hab die Kämpfe in der Ecke. Garnate, Entdeckung. Garnate, Entdeckung! Garnate, Entdeckung! Garnate, Entdeckung! Eechta! Echta! das auspacken ich laufe rein ich laufe in sein hatte ein bisschen Rüstung abgezogen ja also ich kann eigentlich 100 Rüstung bekommen ich kann man sagen kaufen ich kann maximal 18 Jahren muss ja hoch muss ja noch hohes Level sein ein paar Sachen zu kriegen Eka und Jahrhundern er kommt der Klinik Auerkorn wo sich viele vier Stück und ich bin auch schon 18 nachzuhören und weißt du was doch immer zahlen muss die einen Sporn dann ist viel besser wie der andere aber auch der Hauptkampfgebieter und dann hält schon der hat nur 19 Leben gehabt, ey. Alter, Armin hat sich an. Jetzt bin ich in den Blick fresh. Wow. Ach, komm. Werfegranate. Alter. Jetzt muss ich auch noch nachladen. Dann, ich hing irgendwo fest. Ja, ich hing da am Stein fest. Alter. Ich hab 40 Schuss mit der MP7. Aber jetzt will ich im M4-1 sagen. Ja, aber jetzt bin ich auch noch geblendet. Hallo, ich will was sehen. Lass mir was sehen, bitte. Ja, komm. Ich seh gerade was und schon wieder halb tot. Okay, kann ich sehen, ob ich das angekommen kann. Alter, der mir immer Headshot gibt, ey. Ja. Lol. Oh, Spacko. Hättest du mich nicht den Einschüten da noch töten lassen können? Ich hab nur gute KD. Hä? Meine KD ist schon viel zu gut. Lass mich doch. Ich muss auch wieder ins Positive kommen, ja? Ups. Ups, Salah. Einfach ein bisschen... Komm, ist meine KD jetzt wieder schlecht genug, dass... ein bisschen... Ja, danke, Mann. Kein Problem. Ich hab's gegenseitig ausgemacht. Das ist gut, das ist gut